so da sind wir wieder und da labern direkt schon ein paar leute ich weiß jetzt nicht sind die leute einfach ihr habt verbrechen der köpfliche einfach schlüsse zum drehmarm museum habe ich doch schon aber egal ich nehme noch mal krass hier ist noch ein stein expertentruhe perfekt jetzt gibt meine hand so feuerresistenz perfekt ist alles sehr sehr gut glaube ich was mein jung einfach mal gegen die kämpfe ich brauche die zwar nicht aber das kommt sehr gut wenn ich die alle öffnen jetzt bringt mein level unglaublich nach oben zwergenhelm ich kann mir eine zwergenrüstung klauen ist ja cool nein fast oh pfeile perfekt toll zwerg sphären centurio pfeil warum kann ich den nicht klauen warum kann ich den nicht klauen eh funktioniert nicht super hä zwergenbogen nehme ich mal mit hier ist auf jeden fall die seite nein ich hatte es fast zwergenzweihänder ich hätte ich muss den centurio fall in einer sonderquest noch mal klauen deswegen konnte ich ihn jetzt nicht klauen hä äh äh perfekt ich nehme das mal alles mit die ganzen Dings ist jetzt tot wie viele ich kann hier so geil Schlösser knacken skillen das gibt es gar nicht oh fuck ich habe ja noch 90 Stück geht ja mit genug Leuten Dings hier rein du sagst mir nix du sagst mir nix du sagst mir nix und du sagst mir nix was haben wir hier drin nichts 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 und und nichts so das kennen wir alle schon wir waren ja auch schon in so'n perfekt zahnräder zahnräder über zahnräder das ding kenne ich ja auch was haben wir hier schimmelpilze perfekt leere truhe was ist das warum kann ich das nicht nehmen das sind jetzt Falmer Sachen hier das sieht man Falmer Sachen sie sind jetzt nicht ganz so wertvoll wobei der Falmer schwer ziemlich cool aussieht hier ist noch ne Experten vitrine ok warum liegt denn da so ne Experten vitrine da muss ja perfekt ein zwergendolch ok ich kann hier so geil leveln ich finde das hier so geil ich glaube ich bleibe die nächsten drei folgen glaube ich noch hier oh was hier drin ist einer so schlüssel knacken wieder verbessert die habe ich auch kennengelernt was haben wir hier noch nochmal ein Experten Schloss das ist bestimmt die langweilste Folge der Welt heute einmal Schlosser knacken mit Barretts ich brauche das alles gar nicht wobei das ist halt echt auch dolle viel wert also die sind komplett ohne Probleme inzwischen die ganzen Logizen Dinger läuft 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 so hier habe ich alles hier habe ich alles machen wir mal hier unten weiter ich habe das Gefühl ich komme noch auf level 70 im Schlosser knacken wo ich glaube ich doch gar kein Problem mit hätte wo ich glaube ich doch gar kein Problem mit hätte ja ich glaube ich habe die ganze Zeit es ist du nicht das ist wenn du das ist jetzt habe ich ein level aufgemacht ok ganz da nehme ich ganz ein stück nach oben auch noch nicht mal ganz nach da und noch ein war zu viel perfekt man in meiner mitte bleiben nicht ganz also fast gut noch ein stück mehr nähe für viel zu viel läuft dann hätte ich jetzt alles war ich glaube ich habe alle vitrinen krass viel ich hier jetzt einfach mal weg geklaut habe ich mach mal eben die neue stufe wieder diesmal aber wieder in ausdauer so wollen wir mal gucken einfach mal aus prinzip jetzt schlösser knacken das haben wir ja lehrling haben wir flinke hände haben wir die kunst schlösser knacken ohne entdeckt zu werden perfekt nach schlüssel bleibt dir automatisch an apple schlösser knacken wenn es einen gibt goldene hände du findest mehr goldstücke und truhen not bad schlösser adept sind viel einfacher zu knacken experten schlösser brauche ich noch 75 zu brauche ich 100 zu ok und zerbrech dich die dreiche breche nie das will ich cool finden schlossmeister wenn du ist das schloss bereits fast geöffnet ok das sand dann goldene hände war ja ich finde mehr goldstücke in truhen so das hat geklappt wir speichern und wir haben gerade mal 13 minuten dafür gebraucht warum nicht so 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 ich kann das labor natürlich sind so ist heute aus was ok viele artefakte diesmal hat mir sogar etwas mitgebracht eine spinne die nicht in alle einzelte zeiten zerlegt wurde als sie wachen sie zerschlugen er will dass ich sie wieder repariere mein erstes großes vorschuss projekt forschung zum spinnen zenturio woche 1 ich habe die spinne mit einzelteilen aus dem museum wieder zusammengebaut alle gelenke bewegen sich nur nicht von alleine onkel sagte die spinne bräuchte einen steuerkristall mit dem richtigen elektro harmonischen mit der richtigen elektro harmonischen signatur die wachen sind jetzt unterwegs und suchen danach bla 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 eigentlich habe ich gar keine lust so was zu lesen so was ist das stab der spinnenbeherrschung den nehme ich mal mit wow ok ich denke dann werde ich das jetzt mal ausprobieren war ich so ein stab der spinnen ok lenkt ich kann tanzen ok auf genau hin Ist ja interessant Auf da mal hin Ok Was haben wir hier? Eine Tür Wollen wir mal öffnen? Oh oh Was passiert wenn ich hier noch drehe? Oh ok Ich muss mal langsam wieder ein bisschen klar werden Schüsse zu Karmakors Labor Schon wieder so ein Drehmarmuseum Schüsse Kann ich einfach mal mitnehmen Ist ja nicht so schlimm denke ich Oh Gott Wir haben Verbrechen ge- Wir haben Verbrechen ge- Wir haben Verbrechen ge- Er ist gestorben Ok War ein kurzer Vergnügen mit dem Mit der Spinne auf jeden Fall Ähm Zehnschwert des Funkenschlags Ist interessant Des Funkenschlags Und mein Das macht 20-10 Und mein Stahlschwert des Frosts Das macht 16-10 Also theoretisch ist das hier mehr Schaden Ich glaube das behalte ich jetzt auch Oh ne warte da ist noch Pfeile Ich kann hier so viele Sachen wieder durchgucken Also ich drehe definitiv an keinem Alter ist das groß hier Warum ist das so groß? Ich will gar nicht dass das so groß ist Ok das sind aber wahrscheinlich einfach nur die Schlafplätze von den Wachen Da auf der anderen Seite Was ist da witziges? Hier gehts noch weiter Tür öffnen Ok Jetzt soweit erstmal nix Aha was haben wir hier? Geldbeutel Geschichte Kultur der Drehmer Was haben wir hier? Nochmal drei Bücher Oh Bei nem Lehrlingsschloss Ich bin begeistert Zwergen 2 Die Zwergen 1 Und die Zwergen 3 Auch alle nichts wert So Trollkirchen Rote Bergblumen Schüsse zu Kammerkopf Schon wieder Mann Keine Ass Was haben wir hier? Feuerblitz Kerzenschein Heldenmut Magica Perfekt Dann wieder zurück Hier waren wir schon Hier waren wir schon Hier waren wir schon Ich glaube ich geh mal hier weiter Aber ich speicher wieder Was war denn? Hier drin Hier drin Ja 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 Okay Ja Das war's Ja 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 Das war ja Ist das laut hier? Oh, etwas besser, danke. Was ist, warum ist das hier so grün? Oh oh, ich verliere massiv Leben. Hat es mein Junge geschafft? Ich höre ihn husten. Du hast es geschafft. Aber du hast ja ordentlich viel Leben, so wie das aussieht. Ja, lass mich nicht durch. Idiot. Ist das laut hier? Ah, oh, ein Meisterschloss. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Ein Stück war da noch oben. Noch ein Stück. Nein, fast. Gibt es nicht. Das war schon wieder zu weit. Das gibt es doch nicht. Immer an der gleichen Stelle. Ja, es geht doch. Wegen des Schlossknackens. Schlossknacken um 20% leichter. Läuft. Gar nicht schlecht. So, können wir wieder gehen, ja? Hier ist nichts. Da war das, okay. Gut. Oh, war das laut down. Ich hoffe, ihr habt keinen Hörschluss gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, glaube ich. Was? Alter, was hast du, ein Zauberwächter? Warum ist der denn so? Alter, du bist so krass brutal. Ohne Spaß. Ich wusste doch, dass ich euch finde. Alter, ist der Typ böse, ey. Er schießt sie einfach über den Haufen. Der Typ ist so witzig. So. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ich habe richtig keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ich dachte, ich wüsste es. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht. Habe ich hier vielleicht eine Karte? Ja, tatsächlich habe ich. Cool. Okay, ich bin von da gekommen. Da war so weiter nichts mehr. Da ist das. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Alter. Schwein gehabt, so. Dietrich. Hey. Blaue Magier, Robert. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Ich habe genug von euch. Ich finde den witzig, den Typen. Goldene Juwelen als Kette. Perfekt. Ah, schon wieder hier. Doppeltes Geheimnis. Nichts. Auch nichts. Was haben wir hier? Seelensteine, die sind wichtig. Verlorene Legenden, brauchen wir nicht. Ich beende jetzt die Folge. Ich habe jetzt extra ein bisschen länger gemacht, weil die letzten... Oh, noch was. Dreh mal Ritzelwürfel. Okay. Weil die Folge ja so ein bisschen Schlösserknack lastig war. Deswegen jetzt nächste... Äh, diese Folge halt ein bisschen länger gewesen. Nächste Folge wird wieder ein bisschen kürzer. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschö.